um also gut will ich das ist nicht nicht aber was willst du ändern wie man bei uns schön sagt So, jetzt brauche ich hier erstmal die Kisten, wo ich die jetzt auch immer rein habe. Ach, da sind sie ja. Würde ich erstmal ein kleines Lager errichten. Jetzt muss ich kurz schauen. Wenn ich da jetzt 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, ich kann es ja so machen. Ich kann ja auch noch eine dritte da drüber legen, gell? Soweit ich weiß. Ha, 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 ha. Trick 17. Kommt jetzt. So. Mal gucken, ob das geht. Äh, hier. Ah, nee, das geht nicht. Äh, müsste ich vielleicht doch mit Treppen machen. Oh. So. Ja, hier geht noch auf. Ah, dann brauche ich hier ein paar Trampen. Ah, jetzt habe ich diese scheiß Half Slaps gemacht. Die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Hei, 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 normale. Wo sind denn die jetzt? Da. Machen wir mal ein paar Stüphchen. Upsa. Ach, komm. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ah ja, okay. Upsa. Denn, ich wollte ja... Oh. Sollte ja eigentlich nicht so eine lange Aufnahme werden. Denn wir nehmen ja gleich noch Rust auf, wie ich schon gesagt habe. Und dann würde ich sagen, dass hier Öfen reinkommen. So, in etwa. Wie bleiben wir da jetzt? Fünf. Machen wir den noch dazu. So. Äh, komm schon. Jawohl. Am Boss. Ich mach's jetzt einfach bloß mal, damit's gut aussieht da unten. So. Da wäre noch eine gewesen. Scheiße. Hat ich nicht mal so viel Öfen? Oh, wo sind die hin? Äh, ich glaube nicht. So. Flasterstein. Flasterstein. Treppe. Nichts Flasterstein. Nichts Flasterstein. Oh, nichts Flasterstein. Oh. Ah, das kommt weg. So. So, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, aus einem Steckkabel kriegt man nur acht Öfen. Jetzt hab ich einen zu viel. Scheiße. Ah, komm. So. Perfekt. So. So. Dann brauch ich auch noch... ein paar Schilder. Da kriegt man auch drei. Das heißt, ich hab, ich glaub, vier rein. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ähm, dann würd ich hier einfach mal sagen, dass hier... Koppel. Oder? So, Koppel. Ups. Stein. Äh, da kommt... Sand. Sand. Ich muss Shift gedrückt halten. So. Dann mal Verlob. Ich muss einfach mal sagen, dass hier... Erze. Dann kommt hier... Monster... Zeugs. Monsterzeugs. What? Monsterzeugs. Hier auch. Monsterzeugs. Zeugs. Dann kommt hier... Erde. Nee, Erde kommt da nicht hin. Erde. Boah. Erde. Finde ich doch. Erze. 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 Monsterzeugs. 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 Dann kommt hier... Holz. Esen. Und... Grünzeugs. So. Ha. Dann würde ich einfach mal sagen... So tehe ich immer... Ein. Erze. Holz. 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 Äh. Holz. Holz. Erde. Holz. 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 Öh. Kies fehlt noch. Genau. Kies tut mir doch da rein. So. Kabel, Kabel. Kabel. Das kommt da. Das kommt da. da aber immer ein Schild mache ich jetzt noch nicht Prozent Prozent scheiße zu bieten vergessen da Prozent Handwerk nun keine Ahnung dann hol ich einfach mal die Sachen von oben so passt da gar nicht rein so Essen 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 das ist alles nichts Grünzeug 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 was ist denn das da Sandflow Seed 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 alles Seeds da rein Essen Kogopedia Handwerk Monster Zeugs so Ups das nicht was ist denn das da eine Uhr äh da keine Ahnung Freue mich nicht.